Autonomous Sensory Meridian Response, abgekürzt ASMR, Deutsch, autonome sensorische Meridianreaktion, bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühls auf der Haut. Sogenannte Tingles, oft ähnlich erlebt wie sanfte elektrostatische Entladungen. Es beginnt typischerweise auf der Kopfhaut des Hinterkopfes und bewegt sich entlang des Nackens und der oberen Wirbelsäule bis in den Schulterbereich. Dieses Gefühl ist für die meisten Personen mit Entspannung, Beruhigung und Wohlbefinden verbunden. Vielen Menschen hilft ASMR beim Einschlafen. Weil ASMR durch bestimmte akustische und optische Reize ausgelöst werden kann, wurde es 2021 zum drittmeist genutzten Suchbegriff auf der Videoplattform YouTube. ASMR wird häufig durch akustische, visuelle und taktile Sinnesreize, sogenannte Trigger, Deutsch, Auslöser, ausgelöst, seltener auch durch bloße persönliche Aufmerksamkeit und Zuwendung durch eine andere Person, typische Auslöser dabei sind. Bestimmte Geräusche, Z. B. Das Reiben von Händen oder Lippengeräusche, ruhige Stimmen und sanftes Flüstern, beruhigende Handbewegungen oder leichte Berührungen am Kopf, Z. B. Beim Haare waschen oder beim Haare kämmen. Das Phänomen ist noch kaum wissenschaftlich erforscht worden, wurde jedoch mit Tonberührung synesthesiv verglichen. Der Begriff, Autonomous Sensory Meridian Response, breitete sich seit dem Jahr 2010 im angloamerikanischen Raum aus, um dieses Kopfkribbeln zu beschreiben. Auf YouTube entstand ein Trend mit Videoclips, die ASMR auslösen sollten. Die bekanntesten Clips wurden teilweise millionenfach angesehen. Im Frühjahr 2014 gab es mehr als zwei Millionen Videoclips zu diesem Phänomen. Der Trend breitet sich seit einiger Zeit auch im deutschsprachigen Raum aus. Im Jahr 2012 erschienen die ersten deutschsprachigen Medienberichte über diese Bewegung. Zu den am häufigsten aufgerufenen ASMR-Kanälen auf YouTube gehört Gentle Whispering ASMR der Web-Videoproduzentin Maria Viktorovna. In den letzten Jahren hat sich das Phänomen auch auf die Pornografie ausgeweitet. Auf den weltweit größten Pornoseiten existiert mittlerweile eine Vielzahl von ASMR-Porno-Videos mit teilweise millionenfachen Klicks und häufig sogar eine eigene Kategorie, ASMR. Der Neurologe Steve Novela von der Yale University School of Medicine hält es für plausibel, dass nur manche MENSC-NASMR aufweisen, da sich die Menschen neurologisch unterscheidender schlägt, vorneurowissenschaftlich zu untersuchen, wie sich die Gehirne zwischen den Personen, die ASMR kennen und einer typischen Kontrollgruppe unterscheiden. Tom Stafford von der University of Sheffield betrachtet es als schwierig, kategorischem wissenschaftlich zu erforschen, da es sich um Empfindungen handelt, die nicht von allen Personen erlebt werden. Na vergleicht ASMR mit der Synesthesie, die lange für einen Mythos gehalten wurde. Forscher fanden in den 1990er Jahren Methoden, um die Synesthesie wissenschaftlich zu messen. David Huron, Professor an der School of Music der Ohio State University, unterscheidet zwischen musikalischen Chills und Asmra, meint, dass ASMR mit der Wahrnehmung von Gefahrenlosigkeit und altruistischer Aufmerksamkeit Zusammenhänge erglaubt, dass der ASMR-Effekt deutliche Ähnlichkeiten mit dem Grooming der Primaten aufweist. Bei dieser Form der sozialen Körperpflege erfahren die Tiere, einen an Euphorie grenzenden Lustgewinn aus der gegenseitigen Fellpflege. 10, welcher aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit parasitären Befalls sowie allen mit starker sozialer Bindung einhergehenden positiven Effekten wohl einen selektiven Vorteil bietet. Eine Studie vom Juni 2018 zeigte, dass ASMR die Herzfrequenz senkt und gleichzeitig die Hautleitfähigkeit erhöht. Dies dient als Zeichen von Erregung, nicht sexueller Art. Jedoch zeigte sich, dass Menschen, die weder vor noch während der Studie ASMR verspüren, keine signifikanten körperlichen Reaktionen haben. Die Studie zeigt ebenfalls, dass ASMR kein sexuelles Gefühl ist. TDA zu keinem Zeitpunkt sexuelle Erregung bei den Teilnehmern zu erkennen war oder von diesen genannt wurde. Asm wird ebenso wie Nostalgials eine komplexe Emotion oder Wahrnehmung beschrieben, da auf den ersten Blick gegenteilig erscheinende Reaktionen auftreten. Entspannung und erhöhte Hautleitfähigkeit Vergleichbar zu Nostalgie, Glück und Traurigkeit ASMR wird von physisch induzierten Gänsehautgefühlen, den Chills, dadurch abgegrenzt, dass ASMR-Empfindungen recht lange anhalten können. So lange wie der Auslöser, während physische Chills nur wenige Sekunden lang andauern, als ein weiterer Unterschied zwischen ASMR und physischen Chills wird beschrieben. EAK-Time ist gleich 0.2s größer als das ASMR im Gegensatz zu physischen Chills nicht von einem aufregenden Gefühl begleitet sei, sondern stattdessen entspannend wirke. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk